Und damit guten Abend. Hallo Jean, hallo Hauke, hallo Zuhörer, Zuschauer und der Rest der Welt. Genau. Hallo bei Nicht der Weisheit, letzter Schluss oder wo auch immer ihr es gerade seht, beziehungsweise wo ihr es nachher nochmal nachhört. Auch von mir. Und natürlich hallo an euch beiden. Einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Also auf Linux-Guyzee slash live sind wir auch da, aber auf Saint of Sinner, auf Twitch und auf YouTube ja auch. Also von daher, ihr könnt uns überall schauen und hören, wo euch das Herz begehrt. Und natürlich auch eine Aufzeichnung, habe ich gehört. Das stimmt. Also ihr kommt eigentlich gar nicht dran vorbei. Also irgendwo werdet ihr drüber stolpern. Und wenn ich irgendwann zu viel Geld habe, dann tue ich die Dinger auch auf Rohling brennen und euch zuschicken. Das ist dann wie im Wochenkurier oder was auch immer ihr gerade bei euch habt. Dann ist die CD einfach mit bei. Das machen wir mit dem Donnervogel, ne? Habe ich gehört. Ja. Stimmt. Genau, genau, genau. Heute kommt der Themenvorschlag von Hauke. Genau, ja. So ein bisschen der Aufhänger war dabei. Also Sicherheit haben wir heute so als so ein Thema, wo wir ein bisschen drüber rumreden wollen, was es da alles gibt. Und der Aufhänger für mich war, dass diese Lux-Festplattenverschlüsselung wohl nicht mehr sicher ist. Also nicht Lux als solches, sondern ein Hash-Algorithmus, der drin verwendet wird, um aus dem Passwort, was man eingibt, um, ja, seine Festplatte nutzen zu können, die Verschlüsselte, einen komplizierteren Schlüssel abzuleiten. Und das war nicht mehr, also das war nicht mehr sicher. Und das, was ich eigentlich mehr oder weniger erschreckend dabei fand, also mir hat das jemand erzählt, und dann, dass die Problematik eigentlich schon seit zehn Jahren bekannt ist, dass dieser Ableitungs-Algorithmus nicht mehr sicher ist. Und bei einigen Linux-Distributionen, also haben sie das auch natürlich ausgewechselt, also dass es standenmäßig jetzt was Besseres gibt, was sicherer ist. Aber wenn man jetzt ein altes System hat, was man immer wieder aktualisiert hat, so ein Debian von neun auf zehn auf elf, dann bleibt es dabei. Und all solche Sachen, also von daher Sicherheit ist kein Ziel, was man jemals erreicht, sondern ein ständiges Nachjustieren, um das einem Angreifer schwierig zu machen. Und von daher auch dieser Podcast dazu, um vielleicht so ein bisschen die allgemeine Aufmerksamkeit so ein bisschen darauf zu bringen, wobei das natürlich auch ein relativ spezielles Publikum ist, was wir hier haben, aber dass es wieder so ein bisschen mehr ins Bewusstsein gerückt wird, dass man Dinge ständig mal überdenken und mal überprüfen müsste, ob das immer noch so Stand der Technik ist oder ob man da wieder was machen muss. Eigentlich ist es doch immer ein Kampf gegen Windmühlen, wenn man das dahingehend betrachtet. Du musst ja immer hinterher patchen und immer irgendwo, ich sag mal, am Zeitgeist des Sicherheitskonzeptes agieren. Ansonsten, ja, hast du irgendwann eine Kiste, die man irgendwie erreichen kann oder vielleicht selber einfach aus Dummheit agiert und das Notebook unverschlüsselt irgendwo liegen lässt, aber da sind sonst da was für Zugänge und das Heilmittel gegen sämtliche Krankheiten drauf, aber dann ist das alles futsch. Naja, oder minder. Ja, so wie in den Filmen, wo es ja niemals Backups gibt. Nee, wäre ja auch Quatsch. Ja, das macht man ja auch in der Praxis nicht und das ist ja auch grundsätzlich immer unverschlüsselt. Wenn es geklaut ist, hat derjenige, der es geklaut hat, natürlich alles. Also von daher, ja. Aber selbst wenn man sich Gedanken drüber gemacht hat, Systeme abzusichern, also wie jetzt hier die Festplattenverschlüsselung einmal eingerichtet und dann bleibt es vor alle Zeiten sicher, ist natürlich auch Quatsch. Also es tut sich ja eine ganze Menge. Auch wenn der eigentliche Verschlüsselungsalgorithmus, da ist AES, also der gilt weiterhin noch als sicher, dieser Ableitungsalgorithmus, der aus dem Passwort eben eine Gutstabenzeichen binär vollgemacht, um den AES zu füttern. Das war da an der Stelle die, also die Sollbruchstelle oder das, wo es eigentlich kaputt war. Und ja, das war eben schon seit ungefähr zehn Jahren bekannt in der Szene, dass es so ist. Aber naja, es braucht manchmal so einen kleinen Anstups. Da war irgendwas in Frankreich, dass die Polizei den Laptop von irgendeinem Aktivisten deswegen relativ schnell öffnen konnte. Ja, und genau. Ja, wenn man Logs 1 nutzt. Aber da merkt man auch wieder, die Sicherheitskette ist auch nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Denn du kannst die besten Algorithmen und dies und jenes haben. Wenn du aber halt an irgendeiner Kette halt eben dann eine Schwachstelle hast, dann ist der ganze Rest umsonst. Also sei es drum, ich sehe es immer wieder, ja, ich habe jetzt hier eine verschlüsselte Festplatte und so weiter. Was ist das Passwort? Ja, irgendwie sowas in Richtung 1, 2, 3, 4. Weil dann vergesse ich es nicht. Ja, cool. Dann, ja. Also ist mir auch schon mal vorkommen. Und von daher, also von daher kann man das, glaube ich, erst mal, ich denke, am Ende ist es wichtig, dort wirklich immer jedes einzelne Glied zu beobachten und zu schauen, okay, gut, wie kann ich dieses Glied, jedes einzelne Glied auch brechen? Also nicht zu sagen, ja gut, das ist jetzt sicher, sondern wirklich jeden einzelnen Punkt von Anfang bis Ende da mal zu durchleuchten. Ich war gerade gedanklich ganz woanders. Sprüche vor einer Schlägerei für 100, wie kann ich jedes einzelne Glied brechen? Das ist... Ja, ist auch gut. Du musst einfach von vorne bis hinten einfach mal durchgehen und dann alles nochmal prüfen, ob dann auch wirklich alles erledigt ist. Da haben wir einen treuen Zuschauer und Zuhörer, der analysiert das jedes Mal drauf. In der Hoffnung, dass da was Schönes bei rumkommt. Wo es gerade hier um Sprüche geht, ne? Also einer von... Also Thema Sicherheit. Ein Angreifer braucht bloß einmal zu gewinnen, aber du musst jedes Mal gewinnen, damit dein System sicher ist. Also eine Sicherheitslücke oder eine Unachtsamkeit reicht dem Angreifer, aber du musst es halt an allen Stellen absichern. Also für dich ist es eigentlich eine schwierigere Position. Ja. Genau das. Aber ich wollte nochmal kurz was anderes fragen, bevor ich mit dem Spruch kam. Wie lebt ihr denn eure Sicherheit auf einem Notebook? Ein Notebook ist ja ein bisschen speziellerer Fall, dadurch, dass es ein Nutzgegenstand ist, der ziemlich schnell von A nach B transportierbar ist. Ich kann ja mal anfangen. Also ich habe meinen Notebook auch ziemlich häufig im Einsatz, also so je nachdem, wie aktiv ich gerade bin, auch mehrmals in der Woche, also so vier, fünf Mal auch teilweise. Und ich habe das so gelöst, dass ich ein unverschlüsseltes System habe mit unverschlüsselten persönlichen Ordner, aber alle meine wichtigen Dateien inklusive auch beispielsweise Thunderbird und ich meine auch den Key-Dateien dahinter, die habe ich dann auf eine verschlüsselte Partition mit Lux 2 hoffentlich. Ich muss das mal nachprüfen, aber ich gehe davon aus, drin und dann halt mit einem sicheren Passwort und dann ist mir das eigentlich egal, ob das Betriebssystem davor gekapert wird, sondern Hauptsache die Daten sind sicher. Und genau, das fahre ich jetzt schon seit Jahren und habe damit jetzt eigentlich kein großes Problem bis jetzt gehabt. Aber ich sollte vielleicht mal checken, ob ich Lux 2 habe. Ich gehe davon aus, aber lieber mal nochmal nachprüfen. Micha, willst du, oder? Ich wollte dir den Vortritt lassen. Okay, gut. Apropos hier überprüfen, ob es drin ist. Ich habe dazu mal ein Video gemacht in meinem Kanal und da gibt es auch ein Skript, was überprüft, welche Lux Partitionen oder Datenträger man gerade am System angeschlossen hat, wird einmal durchgestandt und dann geguckt, ist das Lux 1, Lux 2 und ist das schon dieser sichere Hash-Algorithmus. Also das nimmt einem eine Menge ab, einmal durchscannen und den Hash-Algorithmus, den kannst du auch direkt im Skript umstellen. Also von Lux 1 auf 2, das muss man per Hand machen, aber ich habe in dem Video auch Folien drin, wo das relativ einfach denn beschrieben ist, wie man das macht. Was hier Laptop und Verschlüsselung angeht, also ich habe da ein Lux 2 drauf auf dem System, also das ist bis auf eine Bootpartition soweit verschlüsselt und zudem, also das ist ja quasi bloß die Sicherheit von den Daten und ich achte darauf, dass ich das Gerät auch quasi nicht aus den Augen lasse. Also selbst wenn jetzt ein Angreifer sich bloß über die Hardware als solches freut, hinterher formatiert und irgendwie, keine Ahnung, vielleicht sogar ein Windows draufschmeißt oder so, ich will es ja nicht verlieren, so oder so nicht, also von daher passe ich auch physikalisch da drauf auf. Entweder ich schließe es irgendwo ein, wo ich meine, das ist ein sicherer Ort oder ich habe es wirklich direkt am Mann letztendlich. Ah, schön und interessant, dass wir quasi drei Köpfe, drei Meinungen haben. Ich handhabe es so mit meinen Notebooks, die sind gar nicht verschlüsselt. Ich kaufe die aber auch immer gebraucht. Also selbst wenn sich jemand über die neue Hardware freut, erstens so Klimabilanz und technischen Geschichten, dadurch, dass ich eh immer ein Linux drauf nehme, muss das nicht die Mindestanforderungen von einem Windows können. Ich handhabe das anders. Bei dem Notebook, ich habe ein uraltes Notebook, da ist es mir einfach nur peinlich, mit so einem alten ThinkPad draußen gesehen zu werden, das verlässt einfach nicht mehr das Haus. Und einen etwas neueren gebrauchten Dell, da verschlüssel ich nicht, aber da speichere ich auch keine Daten. Dadurch, dass ich eh einen Passwortmanager habe, den ich selber hoste, kann ich mir darüber meine Passwörter holen, Lesezeichen synchronisiere ich auf dem Gerät gar nicht, weil ich die Seiten, die ich ran muss, habe ich meistens noch im Kopf. Und Passwörter habe ich eh mit dem zweiten Faktor authentifiziert, über so einen Authentifizierungs-Key hier. Zwei-Faktor. Dementsprechend ist da gar nichts drauf, was schützenswert wäre. Und selbst wenn ich unterwegs bin, habe ich immer noch einen USB-Stick, wo ein Ordner mit GoCryptFS verschlüsselt drauf ist, mit dem ich dann benutzen könnte, wenn ich es möchte. Deswegen, ziemlich interessant, dass wir drei Typen sind, die drei unterschiedliche Ansatzpunkte haben. Das macht es ja letztendlich auch aus. Also wenn wir jetzt alle drei dasselbe sagen würden, wäre es ja auch irgendwie total öde. Ja, aber ganz viele Datenschutzbeauftragte sagen ja, Verschlüsselung ist wichtig, ja, oder einfach gar nicht so arbeiten, dass da überhaupt schützenswerte Sachen drauf sind. Das sowieso natürlich, ja, klar. Also ich habe doch, ich glaube, ich habe auf meinem Laptop schon relativ wichtige Sachen drauf, würde ich mal sagen. Aber das ist, glaube ich, der Bequemlichkeit geschuldet. Gut, ist es noch verschlüsselt, ist ganz klar. Aber je mehr Punkten man das irgendwie, ich sage mal, verfügbar hat, desto schwieriger ist es natürlich dann, oder desto leichter ist es für einen Angreifer, dann eventuell da ranzukommen. Also von daher ist da auch, ich meine, Minimalismus sehr, sehr wichtig in jeder Hinsicht. Also ich würde auch solche ganzen Verschlüsselungskonzepte beziehungsweise Datenschutzsicherheitskonzepte nicht zu kompliziert gestalten in der Hinsicht, dass man viele Ausnahmen hat oder irgendwie andere, ich sage mal, relativ aufwendige Ketten, die eigentlich, ich sage mal, sowieso an einer Stelle eventuell aufbrechen. Also von daher ist meiner Ansicht nach eher der Minimalismus relativ gut. Natürlich, wenn der Minimalismus heißt, gar nichts, ist natürlich auch schwierig. Aber ich finde, manchmal ist weniger sogar mehr. Dann kennt man sich nämlich zu 100 Prozent auf jeden Fall aus und weiß, dass alle wenige Glieder auf jeden Fall drin sitzen. Ich überlege gerade, ob ich es gerade richtig verstanden habe, wie du es gemeint hast mit dem Minimalismus. Wie gehst denn du mit dem Sicherheitskonzept Zero Trust um in der Hinsicht? Na ja, in der Hinsicht vertraue ich mir natürlich nur selber und kommt natürlich darauf an, in welcher Sicherheitsebene wir sind. Also wenn wir jetzt nur rein datentechnisch da unterwegs sind, dann weiß ich ganz genau nur, wo meine Daten sind. Und wenn wir mal so sagen, Zero Trust, okay, gut, ich lagere meine Daten natürlich dann auch nicht irgendwo aus, wo ich sie nicht haben möchte sozusagen. Wenn du sagst, ja, ich vertraue dem und vertraue dem noch und so weiter. Aber ansonsten, alles sicher. Dann, genau, hast du halt wieder das Problem. Von daher eigentlich, ich würde das mit integrieren in das Konzept. Ich würde es nicht unvereinbar sehen. Oder was sagt ihr? Also sagt es so einfach wie möglich oder so wenig wie möglich. Das gibt ja diesen Begriff von Datensparsamkeit. Also Dinge, die du nicht eingesammelt hast, gerade wenn es jetzt um personenbezogene Daten geht, die können hier nicht geklaut werden. Richtig. Und da schläfst du denn doch deutlich besser, als wenn du hoffenweise Zeug sammelst. Ja, je nachdem, mit welcher Nutzergruppe oder mit welcher Personengruppe du es zu tun hast, kommst du da sonst sehr schnell in große Probleme. Also ich war bei so einem Schulprojekt bei, wo es eben um die Verwaltung von Schülerdaten ging. Und das sind ja überwiegend Minderjährige. Und das ist nochmal eine andere Gruppe, wo ich sagen würde, also wo der Gesetzgeber das bestimmt auch so sieht, wenn da was passiert, ist das richtig scheiße, wenn das jetzt Erwachsene sind, die irgendwelche AGB unterschrieben haben, wo drinsteht, naja, wir passen überhaupt nicht eure Daten auf. Wir verkaufen die auch für Geld und machen sonst was. Also die Standard-AGB. Dann ist das vielleicht nicht so dramatisch, aber jetzt bei Schülern, also da hätte ich sehr unruhige Nächte, wenn ich da haufenweise Daten erhebe, die überhaupt nicht notwendig sind. Also von daher so wenig wie möglich datensparsam arbeiten. Stimme ich absolut zu. Mach ich beispielsweise auch selber bei meinen Kunden. Jetzt, wo ich dann auch verschiedene Server betreue, sage ich denen, hey, speichert eure Passwörter bei euch. Ich habe bei mir nichts. Falls ich irgendwie mal bei mir was abhanden komme, dann seid ihr da wenigstens in der Brittle-Ihrung. Also von daher ist es auch ganz, ich glaube, sehr wichtig, da auch zu differenzieren und zu sagen, okay, was möchte ich überhaupt dann preisgeben, im allerschlimmsten Fall. Und ja, tatsächlich habe ich auch einige Daten auf dem PC bewusst nicht gespeichert, wo ich sage, okay, nein, das gehört da nicht hin. Und das, ja, bleibt auch so, in Anführungszeichen. Auch wenn es für mich vielleicht ein Punkt noch mal schwieriger ist. Aber was natürlich da nicht drauf ist, dann kann es auch nicht gehackt werden. Das ist auch nochmal eine ganz starke Sache. Das ist richtig. Hast du in der Hinsicht, Micha, so ein Konzept? Oder du wolltest was anderes anfangen, oder? Das Minimalismus-Konzept, das lebe ich ja mit meinem Notebook. Da ist halt nichts drauf, was schützenswert ist, weil ich entweder alles im Kopf habe, was ich brauche, weil das Ding ist wirklich nur Mittel zum Zweck, das eine Notebook, was ich da habe. Was machst du damit, wenn ich fragen darf? Das ist einfach nur eine kleine Office-Maschine, was ich quasi zum unterwegs, ja, Arbeiten nehme. Entweder auf meiner Nextcloud die Dateien, die ich bearbeite, wo Nextcloud natürlich auch bei mir zu Hause steht. Passwörter brauche ich mir nicht merken durch einen Passwortmanager zum Beispiel. oder halt das Gerät für Präsentationen oder wenn irgendjemand mal Netzwerkprobleme hat. Also sowas halt. Wo ich keine Infos quasi von mir brauche, die ich preisgeben muss. Und wenn, dann nur für die Session. Und ja, das ist halt wirklich nur so ein wirklich blankes Arbeitsding, was auch nicht wehtut, wenn es weg ist. Deswegen gebraucht kaufen. Das empfehle ich immer wieder. Es gibt manche schöne Seiten, gerade die alte Leasing-Rückläufer von Business-Kunden aufkaufen, aufbereiten und dann nochmal für einen schmalen Taler weiterverkaufen. Da kann man echt noch schöne, gute Geräte kriegen. Gerade was so Dell, HP und Lenovo angeht, die Business-Geräte. Die wären nicht schlecht. Also nur, weil sie Windows 11 dann vielleicht nicht können, sind sie immer noch nicht schlecht. Zum Beispiel. So handhabe ich das mit dem Notebook. Stark. Nebenbei, ganz kurze Frage. Wisst ihr zufällig, apropos Windows 11, da gibt es ja solche Verschlüsselungen mit Bitlocker und sowas. Die kann man aber auch wieder aufheben. Also du kannst so eine Festplatte anscheinend in gewisser Weise verschlüsseln, aber wieder diese Verschlüsselung aufheben. Habt ihr da eine Ahnung, was das für ein Algorithmus ist oder wie der das dann wirklich verschlüsselt? Weil ich habe da so meine Zweifel. Also wir unter Linux haben das so gut, wenn eine Festplatte verschlüsselt ist oder Partition besser gesagt, dann kriegst du die auch nicht sozusagen entschlüsselt in der Hinsicht, dass du jetzt kein Passwort mehr brauchst, um die aufzumachen sozusagen. Also die Verschlüsselung zu entfernen. Meine ich geht nicht unter Linux, außer du entschlüsselst das halt, kopierst die Daten woanders hin und so weiter. Aber ich meine nicht, dass es direkt so geht. Aber Windows kann das anscheinend in gewisser Weise. Aber da würde mich tatsächlich, glaube ich, sehr dann die Implementierung, ich sag mal, schon interessiert, wie er das dann entschlüsselt. Wisst ihr das fürfällig? Hundertprozentig kann ich es dir nicht sagen. Da habe ich keinen Einblick drüber. Ich habe mich auch nicht wirklich mit beschäftigt. Ich kann es mir nur vorstellen, dass es wieder so eine Containerverschlüsselung, wie es bei TrueCrypt und VeraCrypt sein könnte. Und beim Entschlüsseln wird einfach der Containerinhalt nochmal wegkopiert. Und beim Verschlüsseln, oder kann man das einfach? Nee, es kann auch sein, dass ich jetzt Quatsch erzähle. Kann gar nicht. Bei TrueCrypt konntest du früher, das wird für VeraCrypt, denke ich, genauso gehen, ein vorhandenes Windows verschlüsseln. Und dann war da auch so ein TrueCrypt-Bootloader mit bei, wo du dann deine Passphrase eingeben musstest. Und der hat wohl jeden Block auf der Festplatte genommen und verschlüsselt. Und das lief im Hintergrund, während du Windows langsam benutzen. Also das war natürlich langsamer, aber es lief im Hintergrund und du konntest Windows weiterhin benutzen. Und irgendwann war er dann halt fertig. Und du konntest sogar diese Verschlüsselung pausieren und irgendwann wieder fortsetzen. Und wenn du das jetzt auf Sektorebene oder so machst, dann könnte sowas bei BitLocker auch funktionieren. Und das konntest du bei TrueCrypt auch wieder zurück, also wieder entschlüsseln im laufenden Betrieb. Das ging auch. Tatsächlich funktioniert es genauso. Also ich habe jetzt mal nachgeschaut. Das verschlüsselt schon alles. Also Systemdateien, Programme, Benutzerdaten und so weiter. Und die Verschlüsselung erfolgt auf Block-Ebene. Und genau. Hat dann tatsächlich auch ein weiteres Laufwerk halt sozusagen, worüber der dann halt das entschlüsselt. Den Schlüssel legt er sogar teilweise in den TPM ab, in dieses Trusted-Plattform-Modul. Und dadurch geht es dann rein. Ja, genau. Absolut. Und darüber geht er dann durch. Ja, ist eine Sache. Lux verschlüsselt, glaube ich, auf andere Art und Weise, oder? Ähm, andere Art und Weise. Also du kannst es nachträglich nicht mehr machen. Denn die meisten Linux-Distributionen, die bauen so eine Kombination aus Lux und LVM. Also die nehmen sich ganz viel Speicherplatz, verschlüsseln den. Und da drin werden quasi so, ja, Logical Volumes, also so eine Art von Partitionen über ein LVM angelegt. Und, ähm, ja, also das wäre schwierig, das, also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, wie es funktioniert, wenn man das jetzt ein vorhandenes System ohne LVM auf LVM umbauen wollen würde und so. Also ich glaube, so was kriegt man nicht hin. Also von daher, dass die Überlegung hat man, wenn man das Betriebssystem einmal installiert, ob man es verschlüsselt haben möchte oder nicht. Und nachträglich das umzuwandeln, ja, hm, ich glaube, das geht nicht. Also kann ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen. Ja, also ich habe jetzt aber keine technische Schwierigkeit dabei. Also ich habe jetzt mal ein bisschen nachgeschaut. Da sehe ich jetzt nichts, warum das dann nicht funktionieren sollte. Vielleicht ist es einfach nicht genötigt. Lux war doch auch, ich habe mal irgendwo gelesen, eine Containerverschlüsselung. Es gab mal irgendwo die Begrifflichkeit ein Lux-Container. Diesen entschlüsseln und, äh, oder entsperren den Container und ver... Entsperren und sperren. Deswegen kannst du es, glaube ich, nicht mehr nachträglich machen, weil du ja nicht mehr weißt, wo der Container hin soll. Das ist nicht auf Blockebene. Da wird einfach wirklich irgendwo ein verschlüsselter Container angelegt und der muss da halt fest stehen bleiben. Aber da können wir ja die Schwarmintelligenz in Form unserer Zuschauer, unserer Live-Zuschauer, mal kurz fragen, ob die wissen, wie LVM verschlüsselt, ob das eine Block-Ebenen-Verschlüsselung ist oder eine Container-Verschlüsselung. Lux meinst du, ne? Genau, Lux. Ja, ja, ja. Also Lux kannst du in zwei Arten mit treiben. Also du kannst quasi eine Containerdatei nehmen und dann Lux-Container draus machen. Oder du machst es halt direkt auf dem Gerät. Also die ersten 16 MB. Da ist dieser Lux-Header drin. Da sind spezielle Verwaltungsinformationen drin. Da ist auch dieser Zufallswert drin und die Informationen für, also dieser Schlüssel in verschlüsselter Art und Weise und sowas alles, das ist da mit drin. Und wenn du das jetzt auf eine Partition anwendest oder auf ein ganzes, ganze Festplatte, SSD oder so, dann ist das quasi so eine Block-Verschlüsselung. Also das arbeitet direkt drauf. Also es ist eine Container-Verschlüsselungstechnologie, und es handelt sich dabei aber trotzdem um eine Block-Verschlüsselung, bei der ein Container erstellt wird, der dann als virtuelles Laufwerk fungiert, ne? Also ein komplettes Laufwerk. Und genau eine oder sogar mehrere Partitionen dann sogar von Dateisystemen verschlüsselt. Also am Ende ist es, denke ich, dann einfach wieder die Laufwerkebene, die es bei Linux vielleicht schwieriger macht, ja, das dann wieder zu entschlüsseln. Aber ansonsten, ich glaube, technisch gesehen, würde es wahrscheinlich irgendwie gehen, wenn man das möchte. Aber ich glaube, das ist das. Aber Sie haben sich bewusst dagegen entschieden, wegen dem Design. Was macht ja eigentlich keinen Sinn, eine Verschlüsselung an- und ausschalten zu können. Richtig, 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 genau, genau. Also von daher würde ich auch sagen, ja, ist einfach nicht unbedingt benötigt. Also ich hätte auch keinen Anwendungsfall, ganz ehrlich. Ja, deswegen, also ich glaube, das ist einfach so eine Designfrage bei Lux. Also macht zumindest Sinn rein, wenn man mal drüber nachdenkt. Also eine Verschlüsselung zu pausieren und dann wieder weiterzumachen, weiß ich nicht. Also tut mir innerlich komische Sachen, also tut mir innerlich ein bisschen weh, darüber nachzudenken. Das macht irgendwie ... Nee, würde ich auch nicht machen wollen, ja. Ich würde schon fast sagen, da würden mir die Haare ausfallen, aber das ist jetzt noch was abgefahren. Ja, nee, als einzigen anderen Punkt, den ich vielleicht noch mal so ansprechen würde, was ich oder was mich gerade beschäftigt, bezüglich Sicherheit, dass ich glaube, eventuell langfristig den Überblick darüber verlieren könnte, wenn ich jetzt nicht, ich sage mal, mir das selber mitprotokolliere, was ich für Systeme am Laufen habe, wie diese eingerichtet sind und in Anführungszeichen, wo die sind. Das, ja, ich glaube, vielleicht auch an andere da draußen als Tipp, macht euch da in gewisser Weise Aufzeichnungen von einer Übersicht von irgendwo in einem Dokument, was verschlüsselt, keine Ahnung. Nee, aber macht euch da mal Aufzeichnungen, weil bei mir geht es jetzt so langsam, okay, ich muss jetzt wirklich alles protokollieren, was ich gemacht habe und wo ich das, und was da drauf ist halt auf jedem System, weil ich würde den Überblick mittlerweile verlieren, bin ich ehrlich. Also auch bei meinen privaten Systemen und so weiter und Testsystemen und dies und jenes. Ja, von daher, ich glaube, das ist auch noch mal wichtig, einfach das noch mal in Betracht zu ziehen und ob jetzt sich jetzt wirklich alles automatisch aktualisiert, das sollte man immer mal wieder checken, am besten Monitoring, aber gut, das ist noch mal ein ganz anderes Thema, aber eventuell das noch mal als Denkanstoß zum Ende. Doku musst du eigentlich immer führen, egal, wo du bist gerade, an welcher Stelle, ob du gerade erst anfängst oder schon ziemlich lange dabei bist. Um eine gute Doku kommst du nicht rum. Du merkst das dann nach Jahren, wenn sie fehlt, aber was zu dokumentieren ist relativ wichtig. Wenn du eine Spam-Mail von deinem eigenen Mail hast, aber bekommst du nicht was. Naja, hatte ich schon. Also, ich bin ein Hacker. Versuchen sie nicht, mich auswendig zu machen. Deswegen hast du auch die Replay 2 noch nicht maskiert, du Pfeife. Da hab ich mir gedacht, dem man kurz mit der Maus rüberjabbert und löschen vorher, hab ich's noch durch meinen Spam-D gejagt, damit er das lernt, weil ich den Quatsch auch nicht mehr kriege. Aber dadurch, dass ich ja von dem nigerianischen Prinzen ordentlich was überwiesen bekommen habe, also die Überweisung steht noch aus, aber hab ich dann noch mal was gebucht, wo ich den Hacker dann direkt verfolgen kann. Hast du den Hacker wenigstens direkt an den nigerianischen Prinzen verwiesen, dass er da sein Geld kriegt? Einfach mal die Leute ineinander zu konnektieren, das wär vielleicht mal so ein Ding. Ja, so ein Service, ne? Service, ja, das stimmt schon. Einfach mal den Spaß nicht machen und gucken, ob das funktioniert. Lass die sich doch gegenseitig die Augen auskratzen. Das heißt, ne gute Idee, ja. Vielleicht gibt das auch so eine Kennenlern-Plattform wie youhack. Youhack. Ja, irgendwie so. Oder Hacker. Rent a Hacker Man oder was weiß ich. Ja, genau. Das gibt's sicher. Ja, tja. Wie steht ihr denn zur Account-Sicherheit? Beziehungsweise, wie handhabt ihr eure Account-Sicherheit? Um die Frage mal aufzuwerfen und vielleicht mal ein paar Denkanstöße zu geben. Ich verknüpfe so selten wie möglich irgendwelche Accounts über andere. Also du hast ja ganz häufig die Möglichkeit, verknüpfe dann Google oder GitHub oder irgendwas Account. Mache ich eigentlich nie. Weil es, ich sag mal, Klumpenrisiko. Und immer anderes Passwort. Das ist ganz wichtig. Zwei-Faktor-Authentifizierung würde ich lügen, wenn ich sagen würde, ich hab's überall aktiviert. Für die Konten, wo es mir wichtig ist, habe ich das. Wenn es, äh, ja, aktiviert ist. Und ansonsten würde ich sagen, ist es schon mal gar keine schlechte Grundsicherheit. Natürlich für alles unterschiedliche, sichere Passwörter aus dem Passwort-Manager. Wie habt ihr das? Also prinzipiell selbe Richtung. Und dazu noch SSH-Schlüssel. Also wenn ich mich auf entfernten Systemen oder auch bei mir zu Hause einlogge, dann läuft das über SSH. Und das mache ich nicht über das Passwort, sondern ich habe da ein, äh, ja, pro System einen speziellen Schlüssel für. Der ist halt relativ lang und schwer zu erraten. Und, äh, so mache ich das dann auch noch mal schwieriger. Aber ansonsten Passwort-Manager für jede, für jede Gelegenheit quasi einen eigenen Benutzernamen, eigenes Passwort dafür. Und da ich mir das nicht merken kann, äh, und die Passwörter kompliziert sein, sollen natürlich auch, äh, Benutzernamen, äh, Passwort-Manager benutzen. Genau. Ja, nicht gebackupt, das ist ganz wichtig. Wie Backup? Ja. Das machen die in den Filmen doch auch nicht. Also ich habe auch keine Backups, ne? Also von daher, ne? Ist ja auch Quatsch. Ja. Ist auch Quatsch. Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Theoretisch könnten wir es sogar als Schlusswort nehmen, oder? Ist doch Quatsch. Das ist alles Quatsch, wenn, wenn... Sicherheit ist Quatsch. Das braucht doch keiner. Ah. Deswegen habe ich jetzt alle meine Passwörter... Ja? Ich wollte nur mal ganz kurz, aber sag ruhig. Ich habe alle meine Passwörter jetzt auf das sicherste Passwort umgestellt, was Postel Jaume rausgegeben hat. Ah. Es ist unhackbar, unhackbar. Okay. Jetzt seitdem... Null. Null. Hast du dir am 1. April dieses eine Buch von der Firma gekauft, mit Passwörtern, die man nehmen kann? Gab's doch auch irgendwann mal der April-Therd. Ich weiß nicht, war das Symantec, die das mal gemacht haben? Hier, wir haben ein Buch mit Passwörtern rausgebracht, die sie benutzen können. Die sind sicher. Null. Ja. Haben, glaube ich, nur Insider verstanden. Und es... Ah, ich bin mir sicher, es gibt Leute, die haben das genutzt. Ja, ja, klar. Und es wurde sehr schnell zu einem Spiegel-Bestseller. Ja. Ist sofort bei Amazon durch die Decke geschossen. Ja. Aber nur in Deutschland. Ja. Das wäre noch nicht mal böse gemeint. Also, so weit wie wir noch hinterherhinken mit der ganzen Geschichte. Das stimmt leider, das stimmt, ja. Also, sozial... Also, Quatsch, Sozialkompetenz. Das ist eine andere Geschichte. Aber Medienkompetenz oder allgemein so... Ja, doch, Medienkompetenz, was unseren Nachwuchs angeht, das wird ja bis heute nur sporadisch irgendwo, wenn überhaupt, angeschnitten. Wenn der Lehrer Bock drauf hat und gut ist. Also, das sind sehr viele Wenns. Da gibt es noch keinen Lehrplan für. Leider Gottes. Also, Kinders, wir machen jetzt Online-Unterricht. Juhu. Aber mal so ein bisschen hier und das und das und das und das. Könnte passieren. Das wolltet ihr vielleicht nicht machen. Kommt leider nicht. Deswegen noch mal ganz kurz von mir zusammenfassend. Accountsicherheit. Es gibt eigentlich drei Säulen zur Accountsicherheit, die man sich relativ gut merken kann. Wie sichere ich einen Account am besten ab? Mit etwas, was man kennt. Das ist relativ einfach erklärt. Das Passwort, das kenne nur ich im besten Fall. Oder noch nicht mal ich, weil es zu komplex ist. Das kennt aber mein Passwortmanager. Und zudem sollte ich das Passwort kennen. Der sicherste Passwortmanager ist übrigens der, an den man nicht rankommt. Das ist egal. Das ist eine andere Sache. Wie gesagt, das, was man kennt. Ein Passwort, so komplex wie möglich am besten. Die zweite Säule ist etwas, was man hat. Das ist dann diese Authentifizierung oder zweiten Faktor Authentifizierung App, Code oder eben auch hier diese FIDO2 Keys. Zum Beispiel als zweiten Faktor. Das, was man hat, zu dem man nur selbst Zugriff hat. Und die dritte Säule ist etwas, was man ist. Also geometrischer Erkennungsfaktor, Daumenabdruck, Iris-Scanner. Also wenn man es an Absurdum führen möchte, beziehungsweise nicht an Absurdum, das ist falsch tituliert, auf ein Level bringen möchte, was schon fast der Regierungsstandard theoretisch ist, würde ich mal fast sagen. Wobei, da gab es ja auch schon Beispiele von, naja, sagen wir mal, sicherheitstechnischen, tragwürdigen Aktionen. War das nicht bei Angela Merkel, die mal ihr Regierungstelefon irgendwo liegen lassen hat? Und das war noch nicht mal mit einem großen Pin gesichert? Irgendwie so. Das kann sein. Also bei Schäuble haben sie ja mal den Fingerabdruck eingesammelt. Und wer sich vielleicht noch an dieses CCC-Video erinnert, was braucht man, um einen Fingerabdruck für viele Systeme zu fälschen? Man braucht einen Laserdrucker. Man braucht eine Folie, die im Laserdrucker nicht schmilzt. Also so eine Overhead-Folie kriegt man bestimmt immer noch. Und Holzleim, ganz fieses Zeug. Und was, Grafitspray oder sowas? Und schon hat man einen 1A Fingerabdruck. Also was Biometrie angeht, würde ich sagen, ist das eigentlich eine ziemlich dumme Idee. Also du kannst es ja nicht mal wieder wechseln. Also du kannst ja nicht sagen, oh, meinen Fingerabdruck, den habe ich jetzt blöderweise irgendwo mal hinterlassen. Den hat sich jemand anders mal mitgenommen, mal kopiert. Den kriege ich ja nicht mehr gewechselt. Oder auch Iris-Scan oder sowas. Von... Wie heißt denn der? Also der hat... Also der erzählt das ganz toll. Da gibt es mehrere Videos von ihm. Also das eine Video hat mit Sicherheit insofern nichts zu tun. Das geht um Xerox. Das Xerox-Scanner oder solche Multifunktionsgeräte Scans von Dokumenten machen und dabei Buchstaben und Zahlen auswechseln. Und derselbe Mann, der hat auch was gemacht zum Thema Sicherheit. Und da geht es auch um Biometrie. Und dass das eigentlich eine total dumme Idee ist. Und von daher... Ja, oder wie jemand anders aus dem... Wie sage ich das, ohne zu viel zu sagen? Also Regierungsumfeld. Also wenn ich jetzt von jemandem sowas haben will, die einfachste Methode ist, ich hacke die Hand ab. Und das ist nicht nur in Actionfilmen oder so. Also so denken diese Leute in diesem Umfeld wirklich. Also wir haben ein Problem. Wir haben eine einfache Lösung. Ja. Und auf Kollateralschäden nehmen wir da auch überhaupt keine Rücksicht. Also von daher würde ich sagen, Biometrie ist in vieler seit... Ach, da kommst du. David Krise heißt er wohl. Ich glaube, das ist richtig. Ist in vieler... Von vielen Gesichtspunkten aus eine dumme Idee. Auch wenn es erstmal sehr naheliegend ist. Ja, aber als dritten Faktor, um wirklich nochmal zusätzlich zu den ersten beiden Faktoren Sicherheit reinzubringen... Klar, Fingerabdruck kriegst du nicht gewechselt. Du kriegst doch nicht so schnell eine neue Iris oder ein paar neue Augäpfel. Aber so als dritten Faktor, den du quasi den Account hinzufügen oder entfernen kannst, ist das doch okay. Also es geht ja wirklich nur für den Account. Ja, also nur das Auge oder der Finger... Ja, aber nur das Auge oder den Finger... Das ist ein bisschen fragwürdig, wenn man nur diesen Faktor hätte, weil dann bin ich auch relativ pragmatisch mit dem Hackebeichen unterwegs und hole mir meine Zugänge. Genau, ja. Und ich denke, als Punkt nochmal, auch dafür wichtig ist, einfach nicht preiszugeben in gewisser Weise, was man für verschiedene Daten oder Geheimnisse besitzt. Weil wo kein Hahn nachgrät, dann ist es auch egal. Von daher, ich glaube, es ist auch noch ein wichtiger Punkt. Tatsächlich auch... Also dann mache ich mit meinem YouTube-Kanal vielleicht auch dann das Falsche. Also ich empfehle ja schon immer verschiedene Sachen, die ich dann nutze in der Hinsicht. Und aber eigentlich die Leute, die keinen YouTube-Kanal haben und da nicht in der Hinsicht tätig sind, ist es, glaube ich, am besten, dass ihr einfach niemandem erzählt, dass ihr das und das irgendwie gespeichert habt oder das und das an Informationen habt. Oder an anderen Sachen natürlich. Und dann ist das Unauffälligkeits-Feature in der Hinsicht vielleicht auch gar nicht so schlecht. Wird ja auch immer mal wieder in verschiedenen Lagen benutzt. Entweder in Filmen, aber natürlich auch in echten Lagen natürlich dann, wo niemand drauf schaut. Mir fällt, also mir schießt gerade was durch den Kopf. Gibt es denn eigentlich außer Fingerabdruck und Iris-Scan noch andere biometrische Erkennungsmerkmale? Schlechte Witze vielleicht, aber ansonsten? Stimme? Aber jetzt, wenn du die KI siehst, wie gut die Stimme nachmachen kann teilweise, vergiss das. Da wird es natürlich obsolet, wenn du das noch nimmst. Aber Stimme-Identifizierung gab es auch, oder war das nur Film-Quatsch? Ich denke, es ist Film-Quatsch. Ich bin ganz ehrlich. Weil du kannst ja locker eine Tonaufnahme aufnehmen und dann ist es ja viel einfacher, als eine Iris- oder einen Fingerabdruck zu scannen, würde ich sagen. Aber ... Also bei Star Trek gibt es das ja häufiger. Wenn jetzt der Käpt'n da die Selbstzerstörung aktiviert, dann muss er ja Stimm-Identifizierung und Alpha, Omega, 34972 und Beta. Und dann geht das Ding erst hoch. Also da kommt es häufig vor. Und das ganze Gesicht, also mit den Verhältnissen von Augen zu Nase, zum Mund und so. Face-ID von Apple und so ein Quatsch. Ja, genau, genau. Also das gibt es auch noch. Und komplette Hand. Also irgendwie die Verhältnisse von den einzelnen Fingerlängen zueinander und sonst irgendwas. Gibt es das auch? Ich glaube, es gibt doch diese kompletten Handabdruckscanner. Es fällt mir wieder die Szene von, welcher Otto-Film war das, wo der drin war? Da hat der Agent vor ihm die Hand aufgelegt. Das wurde einmal gescannt und dann wurde okay gesagt. Dann hat Otto die Hand aufgelegt. Wurde nicht okay gesagt. Dann hat er einmal aufgehauen und dann war okay. Manchmal geht das so einfach. Das war irgendein Otto-Film. Aber damals war das ja noch Technik in den Kinderschuhen. Ja, stimmt. Ja, ansonsten aus YouTube noch Gangart und Bewegungsmuster. Also soll angeblich bei 95% Erkennungsrate sein. Also das kann sein. Ich weiß nicht, ob die 95% stimmen. Aber ja, ich meine, ich habe da vor ein paar Jahren mal irgendwie sowas gesehen, dass sowas auch schon relativ gut geht. Also du musst nicht irgendwie hinken oder sonst irgendwas. Also allein die Art, wie du dich bewegst, die ist ziemlich typisch für dich. Ja, das wusste ich jetzt auch nicht. Also das kann mitunter sein. Also ich kenne es auch wieder aus dem Film, aber ansonsten, ja. Ich glaube, das ging irgendwie um Bahnhöfe, wo sie Überwachungskameras hatten und anhand von Bewegungsmustern rausgekriegt haben, wer es ist. Ich glaube, das war sogar in Deutschland. Ansonsten bestimmt, also in China bestimmt, aber ich meine, es war irgendwie was in Deutschland sogar. Ja. Schon ein interessantes Fall. Ja. Ja, ja, ja. Sind wir auf den selben Schluss gekommen. Irgendwie. Gibt es denn noch irgendwas, was unsere Live-Zuschauhörer bewegt, sicherheitstechnisch, was wir gerade nicht abgegrast haben? Oder Anregungen? Ach so, vielleicht nochmal so eine Halbfrage, wo es darum ging, ob man einen Lux-Container oder allgemein so einen verschlüsselten Container, Blockverschlüsselung oder so, mit mehreren Passworten belegen kann. Ja, das kann man. Also bei Lux hat man, ich glaube, acht verschiedene Slots, wo man entweder ein langes, kompliziertes Passwort eintippt oder wo man auch eine Schlüsseldatei oder ein Hash von der Schlüsseldatei hinterlegen kann. Also da kann man acht verschiedene Slots aktivieren, belegen und auch wieder löschen. Also da funktioniert das, weil für das eigentliche Ver- und Entschlüsseln nicht das Passwort oder diese Schlüsseldatei genommen wird, sondern ein daraus abgeladen, also dieser Zufallsschlüssel, da kann man quasi, ach, das ist ganz doof erklärt. Also da wird es, wenn man jetzt ein neues Passwort in einem neuen Slot anlegt, dann wird da quasi so eine Differenz zu dem Schlüssel, der die eigentliche Verschlüsselung macht, berechnet und das wird nochmal irgendwo abgelegt. So ungefähr, ja. Da müsste man mal irgendwie ein Bild so machen, wo das besser erklärt wird. Aber, also das funktioniert. Von daher kann man neue Passworte hinzufügen und wieder entfernen, ohne dass die eigentliche Verschlüsselung nochmal gemacht wird. Also beim Passwort Änderung wird nicht das System jetzt nochmal kommt, neu verschlüsselt, also der Block wird nicht nochmal angefasst. Also es bleibt so, wie es ist, weil es eben mit was anderem wirklich fern entschlüsselt wird. Also das funktioniert. Aber du könntest jetzt nicht quasi zwei Slots miteinander kombinieren, dass du mindestens zwei von den fünf Slots erstmal richtig haben musst. Nee, das ist so nicht vorgesehen. Es ist ja wirklich nur fünf Möglichkeiten, diesen Container zu entschlüsseln und eine davon reicht aus. Genau, ja, ja. Da fällt mir noch gerade was ein. Saint-Jean hat noch was, was mir gerade durch den Kopf geschossen ist, mit der Theorie gerade. Gerne. Gut. Es gibt ja auch so lustige Sachen auf, gehen wir nochmal kurz ins Dienstliche, obwohl wir schon nach Acht sind. Es gibt ja auch bei Firmen die wildesten Passwortrichtlinien, mit denen mitunter Angestellte gegängelt werden. So alle 30, 60, 90 Tage muss das Passwort neu vergeben sein. Das muss mindestens 13 Zeichen, davon x Anzahl Sonderzeichen, Groß-Klein-Buchstabe, dann noch was aus dem arabischen Alphabet und ein bisschen Mandarinen noch drinne, um es mal überspitzt zu sagen. Und das darf sich nicht gleichen. Klingt erst mal gut, aber im Endeffekt, was wird passieren nach zwei, drei Malen? Die Angestellten werden sich das Passwort auf einem Post-it daneben schreiben und am Monitor hinhängen. Also vielleicht nochmal so den Anschluss geben. Ich weiß ja immer nicht, wie viele Leute auch dienstlich damit zu tun haben oder ob nur Hobbyinteressierte sind, ist jetzt auch nicht weiter wild. Aber vielleicht auch mal oder freizeittechnisch engagiert sind für einen Verein, was weiß ich, auch mal ein bisschen Gedanken drum machen, bringt mir das jetzt wirklich mehr Sicherheit oder ist durch Social Engineering eigentlich das Ganze schon wieder an Akta gelegt? Weil das kenne ich ziemlich oft. Also unser Rechenzentrumsbetreiber hat wirklich diese Regel, dass ich alle 90 Tage ein neues Passwort vergeben muss. Das darf sich nicht ähneln. Nur habe ich kein Post-it, sondern Passwortmanager. Also ich bin schon so modern, dass ich kein Post-it benutze. Aber ich muss es mir inzwischen aufschreiben, weil es nicht mehr merkbar ist. Habt ihr dann noch so Beispiele? Entschuldigung, Rauke? Also ich meine, es war mal eine Empfehlung von BSI sogar, dass man das regelmäßig ändern sollte. Also das gab doch auch diesen Ändere-dein-Passwort-Tag. Und genau diese Problematik, die du beschrieben hast, dass die Leute sich das entweder aufschreiben und dann unter die Tastatur oder an den Monitor kleben. Das ist problematisch. Von daher, oder was ich aus dem Firmenumfeld so kenne, ist, da waren diese Richtlinien nicht so hart. Also die haben denn ihr selbes Basis-Passwort genommen und wenn dann nächstes Mal diese Aufforderung kam, jetzt musst du dein Passwort ändern, dann haben sie einfach die Zahl, die am Ende dran war, um eins erhöht. Weil die nur noch genervt waren von diesen Krams und das ist ja auch menschlich, dass du dich mit diesen Sachen nicht beschäftigen willst. Eigentlich ist dein Job was komplett anderes, als diese Passwort-Dinger da zu pflegen. Und wenn du von vielen Sachen einfach bloß genervt bist, weil es einfach zu viel ist und so, ist alles hektisch, dann machst du dir das Leben an der Stelle natürlich so einfach wie möglich. Und ich meine, von daher ist beim BSI auch schon seit Jahren diese Empfehlung weg. Also du sollst ein gutes Passwort haben, aber das eben nicht mehr regelmäßig wechseln, eben aufgrund von diesen Nebenwirkungen dabei. Genau. Wollt ihr mal wissen, was bei mir unter der Tastatur liegt? Eine WIM-Referenz. Oh! Und die nehmen wir auch nicht alles weg. Genau. Und dann nehme ich mir eine Zeile als Passwort. Doppelpunkt WQ. Cool. Genau. So wird es gemacht. Aus der Verzeihung. Jetzt wisst ihr auch wieder richtige und sichere Passworte generiert und ihr müsst nicht dieses Buch von Symantec kaufen. Genau. Kauft lieber unser Buch. Demnächst im Shop erhältlich. Bei GnuVC. Richtig. Stimmt. Ja. Mit viel Bauschig-Einwand. Schreib es dir gleich auf als Idee. Oh hauha. Das wäre meine Maßnahme. Das wird nicht besser. Na ja, weiß ich nicht. Haben denn unsere Zuhörer noch was? Würde ich mal ganz kurz nochmal die Frage in den Raum werfen. Also ich sehe jetzt nichts, oder? Nee, bis jetzt sehe ich auch noch nichts reintrudeln, aber ich tue ja relativ dynamisch drauf reagieren. Apropos dynamisch drauf reagieren, der Wolf, Wolf, der muss nochmal wieder in 20 Cent in die Nix-Kasse schmeißen. und der hat schon wieder erfolgen. Das stimmt. Ja, ich habe es gelesen. Schon wieder. Wird wieder nix mit dem Feierabendbärchen, ne? Nee, genau. Sorry, muss ich auch noch machen. Ja. Denn noch als kleinen Pausenfüller, was gibt es denn bei dir? Also bei Micha, bei Saint of Sina gibt es ja im Anschluss bei Twitch noch was. Was gibt es denn heute? Ich beschäftige mich jetzt weiter mit dem Server-Cluster im Eigenbau und möchte jetzt im Anschluss mal das Glusterfest, das verteilte Dateisystem, als hochverfügbare Speicherlösung einbinden. Mal gucken, wie weit ich komme. Dadurch, dass ich morgen relativ zeitig raus muss, wird es auch nicht allzu lange. Je nachdem, wie ich komme. Aber wir gucken uns nochmal so ein bisschen Glusterfest an. Für alle, die nicht wissen, ZEV-Wert zum Beispiel die größere, bekanntere Methode. Aber naja. Man muss ja auch nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Deswegen, also Glusterfest soll ein bisschen einfacher, umsetzbar und verständlicher sein. Bin ich mal gespannt, ne? Ich zahl 20, dann habe ich noch ein paar frei. Ja. Wie ist denn gerade der aktive Preis für einen schlechten Nix-Witz? 1 Euro-Inflation, ne? Ich glaube, ich habe jetzt einfach 20 Cent festgelegt. Hm. Ah, okay. Da kann er natürlich 200, nee, 100? Das ist zu viel. Wenn ich mich jetzt nicht verrichtet habe, kann er 100 dann noch machen. Also, 99. Ja, klasse. 99 noch, ne? Wer führt denn bitte die Liste? Sonst führt das ja auch zu nix, ne? Also, das ist ja auch wirklich schlimm. Ja, das führt doch zu nix. Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Kann man immer weiter spinnen. Das ist so schön. Was ist denn für euch die aktuell State-of-the-Art-Technik für eine Account-Sicherheit? Inwiefern meinst du das? Also, ich habe einen Passwort-Manager. Wenn ihr einen zweiten Faktor benutzt, welchen zweiten Faktor benutzt ihr? Ich spezifiziere mal. Ja, am liebsten tatsächlich den eigenen OTP-Code. Ne? Weil er geht nicht über SMS. Das kann nicht abgefischt werden. Ähm, und ansonsten wüsste ich jetzt nichts zwei-faktormäßiges, was mega, mega klasse wäre. Natürlich, bei manchen Geräten gibt es das, dass du dich von einem anderen Gerät nochmal verifizieren musst. Aber das wird leider sehr selten unterstützt. Aber so wäre das, glaube ich, mein aktueller Standpunkt. Oder habt ihr da was anderes? Also, habe ich auch. Ja, also, ich habe eigentlich eher so die Angst gehabt. Also, viele wollen ja gerne SMS oder sowas. Die greifen sich ja auch schon mal die Telefonnummer ab. Wenn ich das blöde Telefon irgendwo verliere, dann habe ich ja ein großes Problem. Also, nicht, dass ein Angreifer jetzt damit vielleicht reinkommt. Aber wenn mich denn die Webseite oder Dienstag diesem, wir haben da mal eine SMS zugeschickt. Wie heißt denn der Code? Dann habe ich ein riesiges Problem. Also, dafür hatte ich eigentlich eher Angst. Und deswegen habe ich OTP als nochmal einen Faktor mit dabei. Und ich konnte mir sogar so eine PIN-Liste, PIN-TAN-Liste geben, die ich dann auch im Passwortmanager abgespeichert habe. Also, für den Fall der Fälle, dass ich da dann wieder rankomme. Tatsächlich würde ich, glaube ich, nicht den OTP-Code oder diese Zwei-Faktor-Identifizierung im Passwortmanager speichern. Denn wenn der geknackt werden sollte, der unwahrscheinliche Fall, dann bist du natürlich auch aufgeschmissen. Also, bei mir ist tatsächlich der OTP-Code nicht verknüpft auf anderen Instanzen, wo man sonst draufkommen würde. Also, von daher ist das schon, glaube ich, da auch nochmal ein wichtiger Punkt. Nehmen wir natürlich alles, wie du einpackst. Dann sind natürlich so viele Stränge ultra sicher. Aber wenn du dann scheiß Passwort für deinen Passwortmanager nutzt, in Anführungszeichen, oder der anders irgendwie abhanden kommt in gewisser Weise, dann ist das auch natürlich futsch. Es gibt ja sogar im Bitworn oder Vaultworn die Möglichkeit, einen OTP-Generator zu benutzen. Das sollte man natürlich tunlichst vermeiden. Würde ich auch nicht machen. Dann wird das Ding ja noch interessanter für Leute, da ranzukommen. Deswegen, ja. Ist vielleicht ein bisschen Quatsch, das zu machen. Was ich nutze seit geraumer Zeit, also mit geraumer Zeit meine ich jetzt ein paar Monate, diese Zwo-Faktor-Philo-2-Keys von der Firma, die ich so lange nicht nenne, bis ich noch keinen Sponsoring davon habe. Ach, die Firma. Genau. Was einfacher ist, oder was einfacher im Umgang gibt's gar nicht. Das Einzige, was man machen muss, das sind halt zwei von den Dingern, sich anzuschaffen. Einen, den man aktiv benutzt. Einen, den man immer mit einrichtet, aber als Backup irgendwo wegschließt. Und dann nimmt man das Ding, wenn man den Zwo-Faktor braucht, wird das Ding eingesteckt oder per NFC am Handy authentifiziert. Und dann ist das schon wieder durch. Und wenn man das Ding verliert, das ist ja das Verrückte drauf. Erstens juckt's eigentlich keinen, wenn man das Ding irgendwo findet, man steckt's mal kurz an, merkt, huch, da sind ja keine Daten drauf. Also der. Genau, genau. Der Angreifer wird schon sehen, das ist ein Fido-2-Authentifizierungsstick. Ich versuche nicht, das Markenprodukt zu nennen. Das ist ganz schwierig. Ja, ja. Und mehr als dort dieses Fido-2-Schlüsselpaar, wenn's überhaupt auslesbar ist, was ich noch nicht mal glaube, mehr kann man ja damit nicht machen. Das lässt ja keinerlei Rückschluss zu drauf, wo das überhaupt verwendet wird. Das ist ja das Geniale dran. Also selbst wenn das Ding mal abhanden kommt, dann ist es halt so. Dann hat man halt Anzahl an Geld X in Sand gesetzt. Aber es besteht keine große Gefahr. Also das ist für mich aktuell das, ich glaube, beste, was man im zweiten Faktor gerade benutzen kann. Von der Benutzbarkeit. Sicherheit und Annehmlichkeit gehen ja nicht einher. Das ist ja nun mal so. Wenn's sicher ist, ist es halt ein bisschen störrisch. Muss man ja so sagen. Und da sind diese Fido-2-USB-Authentifizierungssticks. Das ist echt schwierig. Machst du aber gut. Ja, echt praktisch. Und wie gesagt, wäre ich Consultant oder sonst was und würde sagen, hier Firma, wenn du auf Sicherheit raus bist und das Ganze noch händelbar haben möchtest, natürlich ist das ein gewisser Aufwand für die Administratoren oder Sicherheitsbeauftragten, je nachdem. Immer für einen neuen Benutzer quasi zwei Sticks irgendwie bereitzuhalten, die immer zu pflegen. Aber selbst wenn der Angestellte das mal verlieren würde, ist das jetzt kein großes Sicherheitsrisiko, weil auf diesen Dingern ist halt keine Verknüpfung zu den Sachen. Deswegen also für mich gerade Nonplusultra, weil alles andere, Zwo-Faktor OTP auf dem Handy, ich habe keinen Bock, dass mein Handy noch mehr irgendwo zum Objekt der Begierde wird. Da hätte ich gar keine Lust drauf. Also da nimmt man die Angriffsfläche einfach von diesem mobilen Endgerät weg. Gerade wenn man privat und dienstlich vielleicht sogar noch vermischt. Ach, das wäre, nee, das möchte ich mir gar nicht ausmalen. Absolut. Deswegen, das ist jetzt so gerade so mein Standard, sage ich mal. Ein sehr hoher Standard. Also ich habe den nicht ganz so hoch, aber am Ende ist es, glaube ich, auch immer die Sache, was ist für ein Vereinbar. Da, wo es geht, benutze ich es. Genau, ja. Du richtest es einmal ein und dann kannst du es nutzen. Wirklich. Also es ist wirklich so trivial einfach. Man muss sich zwar ein bisschen zwingen, das tut gut, ja. Aber es ist halt so. Ja, genau, ja. Ja, absolut. Da sage ich lieber ein bisschen Sicherheit als ein wenig, ne. Aber stimmt schon, ja. Also mehr geht immer. Das kann man immer sagen, ne. Wir müssen dann noch mal kurz auf die Frage vom Hunky eingehen. Kann ich ein USB-Stick teilverschlüssen, zum Beispiel ohne, die für alle frei sind und ohne, die verschlüsselt sind? Kann ich das ohne Zusatzsoftware nutzen? Ohne Software-Nutzung für Windows und Linux. Ja, oder braucht man immer eine Zusatzsoftware dafür? Hm. Also mir fällt Kryptomator ein, aber ist halt Zusatzsoftware, ne? Ansonsten. Ja, deswegen. Also ohne Zusatzsoftware gibt es, glaube ich, nichts, was du sowohl auf Windows als auch auf Linux nutzen kannst, weil es einfach keinen gemeinsamen Nenner gibt. Bei Windows ist es ja der BitLocker, aber ich glaube, der tut Ben dann komplett verschlüsseln oder kann der BitLocker auch Ordnerverschlüsselung? Das weiß ich einfach gerade nicht. Der verschlüsselt komplett, soweit ich weiß. Was ist mit NTFS? Da kannst du, glaube ich, verschlüsseln, oder? Also ich weiß nicht, wie sicher das ist, weil ihr konntet man ja nicht früher so einen Haken setzen. Stimmt. Aber dann hast du ja wieder das Dateisystem verschlüsselt. Keiner Ordner. Ja, aber ging das nicht auf Ordnerebene? Also komprimieren konntest du sagen, dieser Ordner wird komprimiert? Und bei verschlüsselt geht das nicht auch? Das kann ich dir jetzt nicht beantworten, dass wir sie nicht mehr. Keine Ahnung. Also falls das jemand aus dem Chat oder sonst irgendwo hier weiß, mal kurz reinschreiben oder kommentieren. Keine Ahnung. Vielleicht geht das vielleicht auch nicht. Also ohne Software wirst du nicht um die Prämisse herumkommen. Da ist mir nichts bekannt. Also man kann unter NTFS mit EFS Encrypting File System tatsächlich anscheinend auch einzelne Dateien oder Ordner zu verschlüsseln. Aber dann ist es ja die EFS Enc-Implementierung drin. Die ist doch schon seit Jahren nicht mehr, die ist nicht mehr die frischeste. Je nachdem, ob das aktiviert wurde. Ich gehe aber stark davon aus, dass die das eher vernachlässigt haben. Ich schaue euch mal nach, ob ich da was finde. Weil warum nutzt Windows das nicht oder implementiert das nicht aktiv? Das ist ja die Frage. Weil wirklich so für Ordnerverschlüsselung, Open Source-technisch, kann ich nur GoCryptFS empfehlen. Da gibt es auch auf Linux-Gelds ein Video dazu. Aber es ist halt das Ding, ich glaube, gibt es dafür eine Windows-Implementierung? Ich glaube, ja. Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, da gibt es was. Aber Windows-Muster bin ich leider nicht so häufig. Man könnte beim USB-Stick, das schreibt gerade jemand über Twitch, zwei Partitionen anlegen. Eine verschlüsselt, eine nicht. Ja, genau, das habe ich mir auch schon gedacht die ganze Zeit. Aber je nachdem, gibt es was gemeinsam Verschlüsseltes, was Linux und Windows auch ohne Probleme, direkt öffnen können, ohne Zusatzsoftware. Weil ich glaube, bei NTFS-Verschlüsselung wüsste ich nicht, ob das im Linux standardmäßig kann. Das ist ja mit NTFS selber mal schlimm. Und bei Windows ist es, glaube ich, da reden wir gar nicht über Lux oder so. Aber gut, mit Verhältnismäßig wenig. Also ich denke, nehmen die am besten eine Zusatzsoftware. Also CryptoMator, glaube ich, ist da eine ganz gute Sache. Und ich schaue mal, ob es das auch noch für andere Versionen gibt. Also gibt es für Windows auch, für Mac, für Android und iOS, jetzt CryptoMator beispielsweise. Also damit wirst du, glaube ich, zufrieden. Und das ist Open Source. Du müsstest eigentlich. Kurze Umdisponierung. Ich habe gerade noch mal auf die Uhr geguckt. Wir werden mal noch ein paar Fragen beantworten. Ich werde danach nicht weiter streamen. Dadurch, dass ich morgen früh raus muss, das würde nichts bringen. So für euch. Wenn ihr noch Lust habt, ihr beide. Können wir machen, ja. Also ich habe gerade meine Suchmaschine angeschmissen. Also für Windows gibt es so ein GoCryptFS-Gegenstück. Und das heißt CPP, also, oder? CCryptFS. Also CPPCryptFS. Keine Ahnung, ob das gut ist, ob das was taugt. Aber das soll wohl funktionieren. Grüße zurück in die Schweiz, weil die gerade reingeflogen sind. Hm. Wenn die GoCryptFS-Bibliothek drunter liegt, dann ist die Implementierung zumindest noch zeitgemäß. Ja. Es gab mal TrueCrypt. Ist das noch zu empfehlen? Na, TrueCrypt an sich? Warte mal, wie rum war es? TrueCrypt wurde zu VeraCrypt. Weil bei TrueCrypt nicht mehr weiterentwickelt wurde, weil das irgendwie auf Windows XP entwickelt wurde. Und ganz komische Geschichte. Ja, ganz komische Geschichte. Man weiß irgendwie nicht so, was daraus geworden ist. Also ob das ja so alles so freiwillig war von den ursprünglichen Entwicklern, dass sie es aufgegeben haben. Und als letzten Punkt noch mal so ein Entschlüsselung und Migrationstool zu BitLocker rausgegeben haben. Also es hat so ein... Also es riecht irgendwie ein bisschen komisch, die ganze Geschichte. Und jemand anders hat dann ja VeraCrypt gemacht. Wobei ja TrueCrypt sehr sicher galt. Also man hat da... Also es gab ja Audits dazu. Und man hat da nicht wirklich Fehler gefunden. Also es war wirklich fachlich sehr gut gemacht. Und dass es denn zu so einem Ende kam, hm. Hm. Das hatte schon ein bisschen Geschmäckler irgendwie an der einen oder anderen Stelle. Das war ein bisschen komisch. In der Tat, ja. Also TrueCrypt an sich, noch mal auf die Frage einzugehen, würde ich nicht mehr empfehlen, wenn dann den Fork oder den Nachfolger True... Nee, VeraCrypt. VeraCrypt. Ich glaube, das ist der Fork und der ist jetzt auch wirklich Open Source. Weil TrueCrypt war ja immer relativ bedeckt mit dem Quellcode. Gut, wenn ich das sogar richtig in Erinnerung habe. Nee, war auch offen. Ähm, TrueCrypt war Quell offen, aber die Lizenz, die sie gewählt haben, die war doof. Ach so. Ganz kurz zusammengefasst. Ah. Ja, dann ist das natürlich ungünstig. Ja. Aber nochmal so, wenn du Ordner oder nur Ordner verschlüsseln willst, also ich realisiere es wirklich so, ich nehme GoCryptFS, hast dann aber das Problem, dass du immer GoCryptFS irgendwo brauchst, um die einzubinden oder zu entschlüsseln. Aber ist in den Linux-Repositories überall drin. Und Windows, naja. Möchte ich in Windows meine verschlüsselten Daten geben, ist die andere Frage. Aber das sind schon wieder, das sind fast wieder religiöse Grundsätze, die wir hier ansprechen wollen. Oder eben nicht wollen. Hm. Ja, fast wieder frau, so, ne? Ja. Ich glaube, ich würde mich tatsächlich langsam ausklinken, weil ich habe ja schon ein bisschen was hinter mir und mein Magen meldet sich sehr. Ja, du wolltest ja noch, ja, du wolltest ja noch was. Ich, ich, ich wollte noch was, ne? Von daher würde ich mich langsam ausklinken. Einfach so ganz still und langsam, ne? Also hier. Kriegen wir das hin mit Ausblenden, dass er so transparent wird? Aber schau mal, ich kann auch einen coolen Effekt machen, so. Okay. Ja, auch nicht schlecht. Diese Bildtechnik von heute ist unglaublich. Das ist faszinierend, wie das geht. Ja. Da musst du mir ja glatt hier einmal, oh ja, bei Twitch kommt das ja immer etwas früher. Ja, das, also wie, wie mit dem Fahrstuhl und mit so einer Hebelbühne, das ist ja unglaublich, wie das geht. Ja. Ja. Jetzt können wir doch die Quelle rausschmeißen, dann sieht das auch halbwegs wieder brauchbar aus. Das hat er so einen... Der wollte sich ja noch was zu essen besorgen, der hat ja heute diesen Marathon hinter sich. Das hat er mal sagen können. Sieben, also dass er was zu essen haben wollte, das hat er ja schon erwähnt. Er hat sogar gesagt, was er haben möchte. Mhm. Und es sei ihm gegönnt, nach sieben Stunden Stream und eine eingeschobene Zwei-Stunden-Präsentation dazwischen. Also der hat heute richtig geackert. Genau. Ja. Genau. Da muss ich mal gucken, dass ich irgendwann mir das Ganze mal in OBS mit diesen Stinger-Transitions angucke, also mit diesen animierten Übergängen. Da kriegt man so eine Spielerei deutlich besser hin. Aber dazu muss ich mal ein bisschen Zeit und Ruhe finden. Ach, das sah doch schon täuschen echt aus, oder? Das war schon, also es hat eigentlich nur noch die Fahrstuhlmusik gefehlt. Also mit einer Minute Vorbereitung hätten wir selbst das noch hingekriegt, oder? Ja, gut. Ja, definitiv. Genau. Ja, gut, gut. Ja, aber was ist Sicherheit? Eigentlich Sicherheit ist, so wenig Angriffsfläche wie möglich zu geben und den Zugang so sicher und unangenehm für den Hacker zu machen, wie möglich. Das sind so, glaube ich, die grundlegenden Sachen. Verschlüsselung ist immer wirklich Anwendungszweck oder Anwendungsfall gebunden, würde ich sagen. Wenn da überhaupt nichts ist, was schützenswert ist, kann man sich die Leistung schenken, würde ich mal sagen. Und patchen. Patchen, 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 patchen. Ja, ja. Also, es kommt extrem darauf an, wer du bist und wer, wen du auf der Gegenseite hast. Ja, es ist letztendlich immer so ein Kosten-Nutzen-Dings. Also, wenn es dem Angreifer zu teuer ist, dann lohnt sich das nicht, denn die meisten machen es ja aus wirtschaftlichen, ja, aus wirtschaftlichen Interessen. Darum geht es ja normalerweise. Also, ob es jetzt Informationen von der Firma rauskriegen, weil das eine Konkurrenzfirma ist oder Erpressungstrojaner, irgendwie sowas. Ja. Also, es kommt darauf an, wer man ist, ne, und wen du auf der anderen Seite hast. Oder wenn du eine Firma bist, die mit irgendwelchen staatlichen Sachen da hantiert, die also sehr interessant für andere Staaten sind, dann fahren dir auch komplett andere Geschütze auf. Wo du das gerade ansprichst, eine der wichtigsten Sachen, wo halt noch interessant gewesen wäre, wie Jean dazu steht, ähm, Gefahrenpotenzial Mensch. Also, da sind wir wieder beim schwächsten Glied in der Kette, aber, ähm, dir nützt ja alles nichts. Hahaha. Also, alles nix. Das ist alles nix wert, wenn, wenn deine Leute einfach einen USB-Stick einstecken, den sie, äh, auf der Büroschwelle finden, zum Beispiel. Solche Geschichten kommen ja auch noch dazu, müssten ja bedacht werden. Ähm, Social Engineering. Wo war denn das? Ich hab irgendwo mal einen Vortrag gesehen. Also, am einfachsten kriegt man Zugang zu, zu gut bewachten, äh, Räumlichkeiten, indem man einfach früh, äh, ein paar Euros in die Hand nimmt, sich einen Korb voller Brezeln nimmt, äh, wenn man im, im, im Süden unterwegs ist und dann einfach ins Büro mit diesem Korb rein, äh, spaziert mit einem, äh, äh, ähnerischen Guten Morgen. Ach so. Und in der Regel, in 99 Prozent der Fälle wird man durchgelassen. Ähm, cool. Was ist denn so in, in Mitteldeutschland so das, äh, das Vergleichbare für eine Brezel oder in Norddeutschland? Brezel. Ah, also, ähm, ich kann... Spritzkuchen angucken. also die Variante mit hier, äh, äh, da kommt jemand vorbei und bringt Essen. Ähm, ich weiß nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei uns so gut klappt. Also wir sind ja eigentlich eher so ein bisschen die Maulfaulen und, äh, die verschlossenen Typen hier oben. Ähm, von daher eine andere Sache, die ich mal gesehen habe, ist, äh, jemand, äh, ich glaube, das gibt es auch bei YouTube, äh, mit verschiedenen Videos, wo er sich einen Blaumann angezogen hat und eine Leiter transportiert. Und, äh, da hat er eine Leiter über der Schulter und dann sagt er, ja, nee, ich muss da rein, ich habe da was zu tun. Und mit der Methode kommt er bei sehr vielen, ähm, ja, bei sehr vielen Firmen oder anderen schützwerten Gebäuden einfach rein. Also das wäre sowas, was ich mir bei, äh, uns, äh, durchaus vorstellen könnte. Äh, wenn du sagst, ich soll hier die Glühbirne auswechseln oder sowas, ne? Obstkiste ist mir gerade spontan eingefallen. Ne, die meisten großen, äh, Hoster oder IT-Unternehmen, die, die sagen ja hier, Homeoffice und, und Freizeitangebot und Obst, äh, frisches Obst auch als Platz. Deswegen, Obstkiste, sei doch einfach, äh, der Obstlieferant und schon bist du drin in der Bude. Da musst du nur noch irgendwo deinen Dongle kurz an den USB-Stick, äh, an den USB-Port hängen und dann bist du wieder raus und sagst dir, oh, hat mich jetzt 3,50 Mark für den Obstkorb gekostet, oder? Hm, ja. Dann stolperst du einmal ganz blöd mit deinem Obstkorb und beim Abstützen, äh, steckst du einen USB-Stick in den Rechner. Vielleicht so. Ja. Oder Matthias. Genau. Aber ich weiß nicht, ob das nun so unbedingt super fürs Büro ist, gerade so an, äh, wärmeren Tagen. Riecht ja auch ein bisschen, ne? Ja. Oder eben wirklich, wie du es schon gesagt hast, sich als Handwerker ausgeben. Du musst, du musst ja nicht mal wirklich lange recherchieren. Das reicht ja eigentlich fast schon aus, wenn du vielleicht ein, zwei Tage dir so mal ausguckst, was ist da so tagtäglich an deinem, ich sag mal, ähm, Zielobjekt so am Ein- und Ausgehen. Und dann kannst du dir eigentlich schon ein relativ gutes Angriffsszenario, ähm, ausdenken. Und wenn du da kein waches, ähm, Sekretariatspersonal oder Förtnerpersonal oder was der Geier auch immer irgendwo, äh, dein, dein, dein Zutritt gewährt, sag ich mal, ähm, hat, dann ist das ein bisschen schwierig. Ein gutes Beispiel war gewesen, als ich mich dann doch, äh, letztes Jahr dazu entschieden habe, meinem, äh, Resttal Lebewohl zu sagen, für alle, die es nur hören, ähm, ich, ich, ich trage mein Haar jetzt offen und, und vom Wind geküsst, nämlich gar keins mehr, weil es nicht mehr vorhanden ist, für alle, die es nicht sehen, ähm, äh, ein wunderbares Positivbeispiel war gewesen, ähm, bei unserem Rechenzentrum, da ist eine, ähm, eine Blickprüfung von einem Wachschutz und das Bild, was ich abgegeben habe, war noch mit Haupthaar. Hm. Da war dann noch, ähm, der Hinweis vom Wachmann am, am Gegenstück, Herr Kraft, bitte mal ein neues Bild, ähm, abgeben bei uns. Jemand, jemand, der jetzt nicht mitdenkt, hätte sie nicht reingelassen. Ja. Tja. Ja. Also solche Möglichkeiten gibt's auch, aber, wie gesagt, Fachstelle Mensch, die gibt's ja auch und, 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 und Social Engineered geht auch relativ einfach, muss man mal sagen. Es ist halt so. Das stimmt. Ja. Und auch wache Kollegen, äh, ist immer relativ wichtig. Also, kannst du eigentlich fast mal spaßeshalber wirklich, ähm, ein paar USB-Sticks kaufen. Da muss eigentlich nichts drauf sein, außer vielleicht ein Skript, was, äh, beim, beim Einstecken dann automatisch, ähm, die eine E-Mail schreibt mit, da war mal wieder einer. Die einfach mal verteilen auf Parkplätzen unterwegs. Hm. Vielleicht sogar dann noch die IP mitgibt, damit du dich dann an den wenden kannst mit, Mensch Junge, was bist du dumm. Zum Beispiel. Also, wirklich aufpassen, was findet man, ähm, das ist ja alles, vielleicht auch nicht, ähm, günstig produzierte Technik aus Asien, ähm, benutzen, äh, mit IP-Kameras zum Beispiel. Da sind ja auch relativ viele, ähm, Schwachstellen drin, oder nicht gepatchte Sicherheitslücken, sagen wir es mal so. Wenn man richtig böse ist, vielleicht schon, äh, von Haus aus, äh, Spionage-Firmware, muss man ja schon fast sagen. Ja. Ähm, drauf, das, das sind ja alles so Sachen, die man mal bedenken muss. Also, von daher, hm, schwierig alles. Ja, ja, es ist ein weites Feld. Mhm. Vielleicht müssen wir noch mal irgendwie was anderes machen, oder? Ja. Ein gewisses Risiko ist ja dabei, aber die Verdienstmöglichkeiten sollen ganz gut sein, ne? Stimmt. Stimmt. Einfach mal ein paar Leute erpressen. Ja. Warum nicht? Money. Ein Bitcoin. Oder so, genau. Geld ist ja fast nicht, Geld ist ja gefühlt nichts mehr wert, wie sie alle sagen, aber Bitcoin, Mensch. Ja, Bitcoin. Das ist die dauerhaft beste Investition. Nee, also wirklich, Social Engineering ist so ein Ding, also, wenn es auf Sicherheit ankommt, dann, dann auch die Kollegen, Eltern, Geschwister, Bekannte, ähm, einfach ein bisschen sensibilisieren. Und, ähm, ja, so ganz triviale Sachen, wie, wie, wie Phishing oder ähnliches, da sind wir ja noch gar nicht drauf eingeschliegen, weil es eigentlich schon fast zu trivial ist, aber es ist auch immer ein Sicherheitsrisiko. Klickt nicht auf alles, was er kriegt. Gerade nicht, wenn es ein ultrakrasser Hacker ist, der sich als du ausgibt, weil er so ultrakrass ist und dann nicht das Replay-To verschleiern kann. Hm. Das ist also meine gespaltene Persönlichkeit, die mich selbst versucht, äh, zu erpressen. Hm. Kann vorkommen. Stimmt. Warum nicht? So aller, aller Fight Club. weiß wirklich. Ja, genau. Wenn ich einschlafe, wacht der Hacker auf oder irgendwie so. Ja, Ja, dann Hacker-Man. Ja. Ja, gut, ne? Aber das wäre jetzt auch, ich denke mal, ein relativ guter Ausklang, so. Würde ich auch sagen. Beschwingt, wie wir gerade sind. Also, ich denke mal, das reicht so als allgemeinen, äh, Denkanspruch, äh, Ansporn. Ja. Genau. Seid misstrauisch, ne? Grundsätzlich. Wenn ihr USB-Sticks auf dem Parkplatz findet, nicht einfach, äh, in Rechner stecken. Bei Ebay verkaufen ist okay, aber nicht in eigenem Rechner stecken. Das soll sich doch der Anring-Schein anfangen. Macht nochmal einen schnellen Euro damit. Ja. Und, ja. Leichte Gebrauchsspuren ist schon mal einer drüber gefahren, aber ansonsten noch ganz okay. Dann aber auch bitte nicht mit Ebay mit eurem Klarnamen verkaufen. Es könnte vielleicht Probleme geben. Wer weiß. Wer weiß. Das wäre dann, dann lieber als, als, als User 54, äh, auf Kleinanzeigen da. Das ist, das ist ein bisschen besser. Nee, mach das bitte auch nicht. Das ist, wie? Na gut, nee, man, dann lass das. Das ist ethisch nicht okay. Genau. Das, das macht man nicht. Das macht man nicht. Mhm. dann doch einfach mal, ach, naja, aber, äh, gefundene Sachen kannst du ja auch nirgendwo abgeben. Sind wir überhaupt in Deutschland schon so weit, dass wir, wenn wir Technik oder IT oder Datenverarbeitungsfundsachen irgendwo abgeben können, wo die, weiß ich nicht, sind wir in unserer Gesellschaft schon so weit? Jetzt, jetzt fangen wir doch noch mit einem anderen Thema an, sorry, aber. Wow, der Abend wird doch noch länger. Ja, ähm, also, du meinst jetzt physikalisch, also sowas, wenn du irgendwo einen Laptop findest oder sowas? Genau, also, Fundbüro wäre ja klar, oder Polizei, aber, die legen sich das ja auch nur hin, oder, wenn es was Triviales ist, ist es wirklich ein USB-Stick. Was ist denn, wenn du als Firma, sage ich jetzt mal, äh, als Beispiel, einen USB-Stick auf dem Parkplatz findest und vielleicht eins und eins zusammenzählen kannst? An wen wendest du dich? Gehst du direkt an die Polizei und sind die schon so weit? Das ist die Frage. Schwierig, ne? Also, wenn man es quasi eindeutig zuordnen kann, ähm, wenn es jetzt ein Firmenparkplatz und kein allgemeiner ist, dann vielleicht wirklich beim Empfang abgeben, Fragen hier, ähm, hab ich auf ein paar, obwohl das könnte natürlich auch ein super Angriffsszenario sein, das ist wieder so der Intelligenztest, ne? Ja, stimmt. Was machen die damit? Oder vielleicht, ähm, ja, also, wenn man jetzt einen Angreifer ist und rauskriegt, naja, die Firma kauft USB-Sticks immer genau von dem Hersteller und, äh, immer in blau, dann würdest du als Angreifer ja auch versuchen, das exakt so zu machen und vielleicht das Innenleben durch was Interessanteres auszuwechseln und die Hülle beizubehalten. Inwie so. Bei, äh, Raspberry Pi Pico? Heißen die Pi Pico oder Raspberry Pico? Damit könnte man doch auch so eine Sachen bauen. Pico, ja. Ähm, das stimmt, äh, die kriegst du aber, also du, diesen Chips selbst, diesen, weißt du, RP2040 oder so, die gibt es ja auch noch, ähm, äh, also den verkauft diese Raspberry Pi Foundation auch an andere Hardware-Hersteller und die bauen das, äh, auf anderen Sachen drauf, dass man vielleicht schon gleich diesen Formfaktor hat, wo der ganze Schnickschnack weg ist, aber über USB kannst du Dinge emulieren, also das kannst du damit machen. Naja, deswegen hat er, also mit dem konntest du ja so, so ein, so ein Bad USB, der sich als, ähm, Tastatoren ausgibt, auch bauen. Das stimmt, ja. Oder man, man kriegt ja solche Sachen auch schon, äh, fertig gekauft. In der CT gab's ja, ähm, hin und wieder mal so einen Artikel dazu, was gibt es gerade aktuell, äh, frei zu kaufen und was kann man damit alles machen? Also, also man braucht gar nicht selbst zu basteln, so, das gibt's alles schon fertig. Ja, deswegen, also, man muss sich nicht mal mehr anstrengen, aber, nee. Ist, ist unsere, äh, IT-Landschaft, äh, schon so weit, dass sie mit sowas umgehen kann? Ich, ich vermute mal nicht. Also, ich meine unsere Justiz-IT-Landschaft, also. Nein. Also, ja. Nein. Also, ähm, so, äh, äh, eher so die Empfehlung, was sowas angeht, würde ich sagen, äh, einfach wegschmeißen, vielleicht vernichten. Ansonsten wird dir nachher noch ein Strick draus, äh, gedreht, wenn du es jetzt bei der Polizei abgibst und da ist wirklich irgendwas drauf, die finden das raus, dann wirst du nachher noch dafür haftbar gemacht, hast eine Menge Ärger hinter hier, brauchst vielleicht noch einen Anwalt und sonst irgendwas. Ähm. Hast es eigentlich gut gemeint und, äh, schießt ja gekonnt das Eigentor. Also, bei, ist bei vielen Sachen ja so vorgekommen, Also, Leute meinten es gut, dachten, sie melden da was und, ähm, ja, dann ist es für sie relativ, also mit sehr viel Ärger nachher ausgegangen und das macht ja keiner ein zweites Mal. Also, sowas vielleicht wirklich einfach vernichten. USB-Stick vielleicht versuchen, rauszufummeln, den Schirp, großen Hammer, zack, drauf und weg damit. Ja, oder gleich das Ding einfach an den Schraubstock und so lange zudrücken müssen, dass es mir geht. Ja. Dann sind die Daten zwar auch weg, aber, dann sind sie eben so, dass keiner damit mehr was anfangen kann. Das wäre, glaube ich, heutzutage noch das, das, das Beste. Also, auf jeden Fall das, wovon du selbst am wenigsten Probleme hast. Ja. Ja, also wirklich so eine, so eine Fundsachen, also, weiß ich nicht. Oder einfach liegen lassen, ist auch so eine Sache. Hm. Ja. Da kommen wir wieder ins Ethnische. Also, wenn man technikaffin ist und sich garantiert ausmalen kann, das Szenario, dass das ein Angriffsgerät ist, lässt man das liegen und jemand anders in die Falle tappen, wenn, wenn, wenn dann, äh, Oma Inge um die Ecke kommt und denkt, ach ja, guck mal. Was haben wir denn? Ein Klappcomputer für die Enkels. Super. Ja. Ist auch nicht schlecht. Und dann ist ruckzuck Oma Inges allein da weg. Ist vielleicht auch nicht so ein, ja, weiß ich nicht. Also, da ist es wieder so eine ethische, ethische, ist nicht immer das Verwechsler. Einfach in ein Gerät reinstecken, was sowieso egal ist. Also, wenn du jetzt so ein Raspberry Pi nimmst, ähm, da packst du dir auf der SD-Karte einmal dieses Raspberry Pi OS, steckst Monitor und, äh, Tastatur und Maus an, ja, aber keine Internetverbindung oder so und, äh, guckst dann mal drauf, was ist denn das überhaupt? Mhm. Das könnte eventuell interessant sein. Also, dass du das komplett von deinem Rest trennst, um das mal so zu analysieren und damit kein Risiko eingehst. Na, der Hunky hat gerade noch geschrieben, oder formatieren und nutzen. Ja. Also, Oder bei E-Mail verkaufen. Erst formatieren und dann bei E-Mail verkaufen. Ja, und dann Finger kreuzen, dass, ähm, der Chartcode auch, äh, da lag, wo man formatiert hat. Ja, okay, gut. Also, es gab ja auch, ähm, diese Sachen, ich glaube, das war wirklich Ebay, wo Festplatten verkauft wurden, die vorher in Behördenrechnern drin waren. Mhm. Die haben sie zwar, oder hatten sie die überhaupt formatiert, oder haben sie die einfach ausgebaut und da verhökert? Nee, die wurden schon formatiert, aber halt nur einmal schnell formatiert. Mhm. Da weiß ja der, 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 der durchschnittlich Interessierte eigentlich auch inzwischen, wie man das wieder rückgängig macht. Beziehungsweise gibt's ja da auch, äh, genügend Anleitungen inzwischen im Netz. Ja. Da doch lieber hier nach NATO-Standard erstmal, äh, find ich ja immer super, äh, äh, dass der NATO-Bundeswehr-Standard sagt hier, mindestens 20 komplette Schreibvorgänge mit ein, mit, mit Nullen, mit Nullen glaube drüber. Weil entweder ist das Ding dann wirklich nicht mehr reproduzierbar, oder die Festplatte ist einfach nur, ähm, kaputt. Dass es sich totgeschrieben hat und dann ist auch egal. Ähm, ich weiß nicht, ob das immer noch Standard ist. Auf jeden Fall, äh, galt das ja damals für Festplatten, die deutlich größere Sektoren hatten. Also das brauchst du bei heutigen eigentlich nicht mehr zu machen, nicht so oft. Ähm, weil diese, diese einzelnen Bereiche, die magnetisiert werden oder entmagnetisiert, die sind so klein, ähm, dass die wirklich auf null oder eins schon bei ein oder auch zwei Durchgängen sind. Also das brauchst du heutzutage theoretisch nicht mehr so häufig zu machen. Also früher, ähm, wo du wirklich diese großen, ähm, Sektoren hattest, da gab es dann, äh, also diese, diese Magnetisierung hast du dann umgedreht durch den Schreib-Lese-Kopf und, ähm, zu einem sehr hohen Prozentsatz, sodass eine saubere Eins oder Null da denn rausgefallen ist. Aber theoretisch hätte man diese Restmagnetisierung noch auslesen können, um den vorhandenen Wert, ähm, auszulesen. Also darum hat man es früher so häufig gemacht. Aber heutigen brauchst du es eigentlich nicht mehr. Ah, stimmt. Inzwischen ist da auch die Technik relativ, ähm, weiter. Aber eine Sache, die ich grundsätzlich mache, wenn ich Festplatten entsorge, dann entsorge ich die so, dass die sonst kein anderer kriegt. Ich mach die wirklich physisch kaputt. Die gehen in den Schraubstock und das, was mir danach doch zu gut aussieht, wird mit dem Hammer bearbeitet. Ja. Also, inzwischen sind ja auch die Datenträger, also, keine Investition, wo man zwei Kredite aufgeben muss, mehr dafür. Also, das kriegt man Gott sei Dank noch. Ähm, erschwinglich gekauft. Ui, 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 jetzt kommt einiges hier rein im Chat. Oh! Zwei USB-Sticks vom Flohmarkt gekauft für zwei Euro und da war eine Herz-Software drauf. Oh! Okay. Schade, dass es keine Bitcoins waren, oder? Da bitte gleich die zwei Euro. Ja. Kann man doch reverse-ingenieren, wenn man richtig viel Freizeit hat. Genau. Klar, Herz-Software. Keine Ahnung. Wer hat Schrittmacher, oder? Ich kenn mich in dem Business nicht aus. Software von J&J, eine Herz-Software. Ja, kenn ich jetzt auch nicht. So stand's drin. Ach so, ist das oder Johnson & Johnson, die mit dem... Aber Johnson & Johnson als Herz-Software, Johnson & Johnson macht doch eigentlich einiges. Naja, irgendwie. Auf jeden Fall eine Software drauf, die da nicht hingehört. Das ist dann aber noch ein gutes Szenario. Also, Anführungszeichen gut. Sollte man natürlich auch nicht machen. Also, sowohl als Verkäufer müsste man da deutlich bewusster rangehen und natürlich auch als Käufer sollte man einfach drauf gucken. Aber da sind wir wieder an dem Punkt, wo ich anfangs gesagt habe, selbst unsere Schulen sind ja gar nicht in der Lage, diese Kompetenz dazu zu vermitteln, wo wir einfach gerade sind. Wir leben nun mal in einer Welt, wo alles ziemlich schnell und einfach geht, aber da sind auch mal schnell und einfach richtig Schaden gemacht. Da ist das Problem. Da muss man wenigstens so gewisse Grundkonzepte verstehen. Oder zumindest mal gehört haben und die halbwegs beherzigen, wenn nicht verkehrt. Das stimmt. Das ist wirklich so. Ja. Ja. Ich bin gerade am Nachlesen, deswegen. Er hat Software für den Arzt. Okay. Dann war das wohl ein Arzt, ein ehemaliger, den Instink hatte. Tja. Ja. Ja, alles schwierig. Also zum Thema Wiederherstellen, Testdisk und Fotorek, genau, habe ich auch schon mal benutzt. Also damit kriegt man extrem viel wiederhergestellt. Also solange man nicht viele Daten draufgeschrieben hat, also überschrieben ist überschrieben, aber einfach bloß mal formatiert mit hier MKFS, FAT2 oder VFAT und so, da wird ja nicht viel kaputt gemacht. Am Anfang werden zwar Sachen überschrieben, aber der Rest bleibt ja physikalisch noch auf dem Datenträger und man kriegt das dann auch relativ einfach wieder rausgelesen, gelesen, also wieder rekonstruiert. Ja. Tja, ja. Mir fällt ja auch gerade ein, man könnte ja auch mit gezielter Desinformation ja auch Schaden anrichten, weil der Dezibel Dani hat sowas ähnliches geschrieben. Also das Thema hat man nicht, aber ich habe jetzt mal deine Aussage genommen, man könnte ja auch wirklich gezielt Falschinformationen an gewisse Gruppen oder eine Firma austeilen, um quasi sich Tür und Tor zu öffnen. Ja, man könnte ja jetzt, wenn man richtig böse unterwegs ist, gezielt Fake-Mails mit Informationen verteilen, die vielleicht so ein bisschen Geschäftsführer ins Grübeln bringen und so komischerweise drei Tage später ist dann der IT-Security-Experte zufällig vor der Tür und würde ganz unverbindlich mal so seine Dienste anbieten. Alles, was er dazu braucht, ist einmal Strom fürs Laptop und den WLAN-Schlüssel. Ja. Ja, wer da einfach mal so ganz zufällig vorbeikommt und ein Angebot hat, was man gar nicht so ablehnen kann. Da sind wir auch wieder in diesem Social Engineering Part. Ja, genau, ja. Ja, einige Sachen kriegst du ja erstaunlich leicht hin mit relativ wenig technischem und auch Geldaufwand. Und das dann auch noch durch die KI, sagt der Skabler gerade. Ja, inzwischen kannst du gute E-Mail-Templates von der KI generieren lassen. Ja, also Spam ist ja auch ein Problem. Also den Vortrag, den ich gehalten habe und den es auch in meinem Kanal nochmal zum Nachgucken gibt, da habe ich Berufsgruppen nochmal aufgelistet, also die Probleme haben werden mit Konkurrenz durch KI. Also letztendlich alle, die am Schreibtisch sitzen, und Text, Wort, Bild produzieren und dazu gehört natürlich auch die Berufsgruppe der Spammer und Betrüger. Also die werden vielleicht auch durch günstigere KI ersetzt werden. Also dann kauft man bei Fiverr nicht mehr jemanden, der einen Spamtext entwirft für ein paar Cent, sondern man mietet sich eine KI, die sowas für Cent-Bruchteile generiert und hat dann gleich was für sehr viele verschiedene Nutzergruppen, was vielleicht dort auch einfacher angenommen wird. Das ist natürlich ein Problem. Und sogar besser übersetzt. Ja, also Kosten nutzen, darum geht es ja jetzt nicht immer bloß. Ja, da wird es noch wild, also wir leben in interessanten Zeiten, egal wo man gerade hinguckt. Das stimmt, das stimmt. ist das das Schlusswort? Also solange könnte ich auch mal was essen? Ich würde es so lassen, ja. Ja, genau. Also passt auf euch auf, überlegt lieber zweimal, guckt, überdenkt vielleicht nochmal euer Sicherheitskonzept, nachdem ihr das gehört, gesehen habt. und dann gesund bleiben, beim nächsten Mal wieder dabei sein. Dir vielen Dank, Hauke, für's dabei sein und der Jean, der garantiert weiterhört, während er jetzt noch ist, auch dir einen lieben Dank und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Genau, macht das, abonniert unsere Kanäle. Genau, wir müssen ja noch ganz, ganz schnell unseren Werbeblog abonniert, nicht der weiß, halt letzter Schluss auf YouTube, abonniert Linux Guides auf YouTube, wenn das nicht schon längst getan habt, abonniert Saint of Sinner auf YouTube und lasst ein Abo bei Saint of Sinner bei Twitch da. Genau. Das wär ganz nett. Genau, genau. Ja, macht das. Und den Tuxfash Podcast auf Spotify, Spotify nutze ich zu selten, das kann man bestimmt auch irgendwie favorisieren, followen, abonnieren, keine Ahnung, auch da Ja, das stimmt. Ja. Oder bei, gab's das nicht bei YouTube auch, irgendwie YouTube, äh, YouTube, wir haben ja noch, äh, Audio-Krempel oder so. Nee, ähm, gut, dass du's sagst. Ähm, der Podcast wird immer noch auf dem Tux-Tage-YouTube-Kanal hochgeladen. Auch dort ein Follow da lassen. Nee, ein Abo. Ach, es ist verwirrend, wenn man auf zwei Sachen gleich sind. so ein Ding. Drückt die Glocke, egal wo ihr seid. Äh, 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 aktiviert das Abo und, und drückt, drückt, nee, aktiviert. Und drückt ein Pinguin. Nee, wie sagt man immer, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Oder so. Also aktiviert das Abo und lasst die Glocke da. Das ist irgendwie so. Da müssen wir noch mal eine KI fragen, wie man das richtig formuliert. Ja, das machen wir dann beim nächsten Mal. Gut. Wie gesagt, danke und bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend euch noch. Äh.